Wäre es nicht schön, wenn alles ein wenig einfacher wäre? Wenn sich beispielsweise eine Tür einfach auf Knopfdruck öffnen würde? Oder wenn sie sich einfach aufschieben ließe? Und wäre es nicht schön, wenn unsere Türen keine Stolperfallen mehr wären, aber dennoch fest verschließbar und dicht? Wäre es nicht schön, wenn die Schubladen in der Küche mit nur einem Schubs aufgleiten würden und die Inhalte der Hochschränke wie von Zauberhand auf Griffhöhe landen? Oder wenn sich sogar die Arbeitsfläche problemlos auf Wunschhöhe einstellen ließe? Und wäre es nicht schön, wenn sich Fenster einfacher öffnen ließen, zum Beispiel mit einer Fernmedienung? Wäre es nicht schön, wenn in unserer Wellness-Oase die Dusche topmodern und ebenerdig wäre? Und wäre es nicht schön, wenn das Licht sich unserer Stimmung anpassen würde und wir Türen öffnen können, ohne das Licht einzuschalten? Oder Orientierungslichter uns den Weg weisen? Wäre es nicht schön, wenn Sie im Notfall oder für Ihre Besucher auch nachts einfacher zu finden sind, weil Ihr Briefkasten beleuchtet ist? Und wäre es nicht schön, wenn Sie Ihre Haustür ohne Schlüssel öffnen könnten, zum Beispiel mit Ihrem Handy, mit einem Sender in Ihrer Tasche oder einfach mit Ihrem Fingerabdruck? Und vor allen Dingen wäre es nicht schön, wenn sich Ihre Haustür von ganz alleine wieder verriegelte? Und das auch noch energiesparend und umweltfreundlich? Zu teuer, meinen Sie? Nicht, wenn Sie sich beraten lassen. Denn diese Bauvorhaben werden staatlich gefördert und sind daher preiswerter, als Sie denken. Sprechen Sie uns doch einfach darauf an, damit Sie sich einfach wohlfühlen können. Sprechen Sie uns doch einfach mal wieder verriegelten. 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 Vielen Dank.